Hallo Leute, hier ist Reato mit Let's PlayBombman64 und das ist die Spezialwelt, The Rainbow Palace. Das ist das Spiel, das ist von meinem Kumpel, der hat das Spiel komplett doof. Fuck. Beyond the Clouds. Leck, ist das ne... Ich schwebe im Himmel. Alter, ist das geil. Ähm, ja. Also, ich hab mich mal meinem Kumpel informiert, er hat gesagt, an den Welten hat er wirklich geheult. Äh, aber da wird das hier nicht wirklich so verzweifelt aus, er hat gesagt, ich brauche Zeitbomben, um weiterzukommen. Und die sollen hier sein. Über den Regenbogen. Love me here, I'm walking on sunshine. Okay, dann die Dinger hier kaputt machen. Oh, klar. Ja, stimmt. Ich hab kleine Bomben. Fuck. Braucht ein bisschen mehr Sprengkraft. Nein. Zeitbomben weg. Aber ich hoffe mal, das ist nicht das einzigste... Ach, gut, nochmal. Gut, jetzt haben wir Zeitbomben. Jetzt brauchen wir noch kleine Bomben. Ähm, ja, wir haben genug Zeitbomben. Bomben. Nein. Fuck. Fuck. Okay, jetzt haben wir drei, aber das reicht nicht. Ich schätze, wir brauchen noch ein bisschen mehr. So. Und Markus, der mein Spiel ja schon einige Mal kommentiert hat, oder schon mal kommentiert hat, sagte, dass es hier so komische Monster gibt, bei denen ich ein bisschen aufpassen muss, weil die sind fies. Das sind so, keine Ahnung, die können Blitze werfen. Ich weiß nur nicht, welche er meint. Ah, Kartensoldat. Wow, okay, ich glaube, ich hab sie gefunden. Die komischen Wolken, meinte er. Wie kann man die denn treffen? Die fliegen viel zu hoch, die trifft man nicht. Okay, so gut, wie jetzt das? Jetzt hier rüber? Da ist der Ausgang, aber der ist noch zu. Das heißt, wir müssen darüber klettern. Dann da rauf, da hineinlegen, da hineinlegen, da runter, fuck. Oh oh. Diese komischen Katzenbeuten kommen mir irgendwie zu nahe, das gefällt mir nicht. Okay, jetzt. Ah, geht er weg, geht er weg, geht er weg. Ich muss da vorbei. Boah, was sind das für behinderte Mistviecher? Okay, jetzt hat er. Nein, ich bin runtergefallen. Scheiße. Oh, ist das ein Dreck. Okay, jetzt. Hier rüber. Und jetzt. Rüber, 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 rüber. Auf den Schalter. Ja. Puh. Okay, jetzt öffnet sich das Teil hier. Jetzt kille ich erstmal die scheiß Viecher hier. Die treffe ich von hier oben aus. Bist du? Okay, beide tot. Gut. Jetzt muss ich einen Weg finden, da rüber zu gehen. Ich lasse mal, da brauche ich eine große Bombe. Eine kleine. Oh, fuck. Komm. Okay, jetzt hier eine kleine hin. Dann kommt da. Da hin eine. Da eine kleine. Da eine. So, hat er mir erklärt, müsste es gehen. Jetzt hoffen wir einfach mal, dass er recht hat. Yes. Dankeschön. Danke, 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 danke. Stage cleared. Also auf die, die muss man auch erstmal kommen. Gut, wir haben die erste Stage überwunden. Machen wir uns an Stage 2. Hä? Ach so, ja, sorry, ich muss die ja nicht extra freischalten. Entschuldigung. Die Welten hat er ja schon. Okay. Spaß. Okay, weiter. Ähm. Stage 2. Ähm, was ist das? Ey, vor dem hätte man mich warnen können. Nö, Boss. Leck mich. Boah, hell. Ey, vor so einem Boss hätte man nicht warnen können. Und ich habe keine Zeitbomben. Warum nicht? Wo ist Sirius? Spellmaker. Äh, ich habe eine goldene Karte bekommen. Geil, oh, ich habe ihm jetzt schon mal einen Hit gegeben. Boah. Sensenkarte? Okay, es hängt auch mal mit seinen Karten zusammen, was er anwendet für Attacken. Fäuste. Boah, weich aus. Okay, ich habe ihn getroffen. Sensenkarte, ausweichen. Sensenkarte. Alter, was ist das für ein Boss? Oh, meine Hand. Wow, Sternschnuppenhagel. Explodierende Karten. Hilfe, Sprites. Was ist das? Das ist das, Spellkarten. Boah. Alter. Oh, das tat weh. Lauf. Das war ein großer Fuß. Ausreichen. Okay, ein Treffer. Ich habe einen Plan, den ich den besiegen kann. Okay, jetzt sehen wir wieder die Sterne. Trumpfkarten. Die Attacke nämlich einen Spasten aus Digimon. Ah, ja, 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 ja. Lahn, ey. Ey, auf einer Party ist ja bestimmt der totale Schocker. Okay, getroffen. Zwei Hits noch mit aufleihenden Bomben, dann habe ich ihn. Nein, er macht schon wieder so einen Angriff. Ein Drache. Geh weg. Geh weg. Boah, ist weg. Gut. Einen Hit braucht der Spack noch, dann habe ich ihn. Komm schon einmal noch. Ich habe ihn erwischt. Wie, der ist noch nicht tot. Leck mich, der greift nochmal an, oder was? Nein, er ist tot. Boah, ich habe ihn geschafft. Leck mich, Fett, ey. Boah. Wir haben einen, keine Ahnung, sauschwierigen Boss gepackt. Der hat immer miese Attacken. Gut, Leute, wir haben eher... Ja, fünf Karten. Yay. Jetzt brauchen wir die eh nicht mehr, aber scheiß drauf. Wir haben fünf Karten bekommen. Yeah. Okay, Leute, schneid' ihn hier. Dann nehmen wir uns Stage 3 vor. Ja, du klingst jaus. Bis gleich. Ciao.